Die Zwischenpräsentation der Modelle findet am Semesterende statt. Alles okay bei euch? Warst du bei Georg in dem Praktikum? Ich hab's verkackt. Ich hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Du bist manchmal so abwesend im Unterricht. Vielleicht wär ich's auch gern. Du kriegst euch nie mal dein eigenes Leben auf die Reihe. Ich bin schwanger. Nee, oder? Scheiße. Besteht Kinderwunsch? Wie geil ist das denn? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Kannst du kurz die Tür aufhalten bitte? Mein Kind ist ein Fleck. Ist es gut oder schlecht? Gut. Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht auf deine Tiere aufpassen kannst. Du kriegst nicht nur ein Baby, du kriegst nur noch größere Titten. Was darf's sein? Danke für den Drink. Und für den Sex. Es wird alles anders werden, nicht? Warum fragst du eigentlich nie nach Martin und mir? Du weißt, dass ich viel von dir halte. Hast du eigentlich irgendwie so Erbkrankheiten in der Familie? Ich dachte, hier wohnt jemand anderes. Warum hast du nichts gesagt? Du bist schwanger. Bin ich das ja? Liebst du Nora? Hey! Mach'n Leben! Mach'n weg! ust, compulsOR Start 2 2 2 2 2 3 4